Gut, wir sind bei dem nächsten Punkt gekommen. Ich würde gleich in die Hebräer saßen, wahrscheinlich bei zwei, was wir hier sind, auf dem Bild haben, würde ich gleich hier zum Anfang von reden. Ich werde lesen hier, das sage ich, darum wollen wir die Leute vom Anfang christlichen Lebens jetzt lassen und zur Vollkommenheit fahren, nicht abermals grundlegend von Busei der Totenwerke, vom Glauben an Gott, von der Tofei, von der Leere, vom Handyauflegen, von der Totenauferstehung und vom ewigen Gericht. Hier werde ich in beiden Tagen merken, was wir von der ersten Nacht sehr viele Fingern tunen machen kann uns Menschen. Das scheint so, wir haben eine Staub begrepen, dort wir brauchen zu sterben, wir brauchen unsere Sünden zu bekanen, wir brauchen eine Begehrung zu haben, wir brauchen getauft zu werden, wir brauchen Böse zu tunen. Dort ist uns alle bekannt, aber das ist so, dass viele von uns Menschen, wir erkennen nicht, dass sie sterben, was Gott geplant hat für uns, zu wachsen und zu leben. Wir nehmen diese Begehrung zu sein aus ein Paket, was wir in uns in der Pfubstab in der Haare wieder haben, in der Haul wieder. Und wir denken so, das ist alles, was wir brauchen. Und dann scheint es so, wir haben nicht die Kraft, zu überkommen. Und das ist auch ein wichtiges Ding, wo ich mal von der Reden, von der und von, was wir hier fingern, und dort, wie mal nur die Fall kommen hat, kommen. Wir sind geliebt von jung, dort, wie sind schwache Menschen. Und wir haben dort erfahren, dass wir schwache Menschen sind. Dort ist alles wahr, aber wir finden ja klar in der Schrift, dort wirklich so wie wissen. Wenn wir in diese Gottheit nicht kommen, dort, wie dann auch wieder kommen, da sind wir stopp für stopp, wie es alle vollkommen waren. Einer steht, sagt das in der Bibel noch, dass wir alle vollkommen sind, so dass Gott vollkommen ist. So, das ist die Einheit, zu verstehen, was wir schreien mit Gott, als ein wichtiges Thema und unser Seil zur Arbeit. Wir haben so viele Menschen, die blieben liegen in der Groves, in der Drinkerie, oder in der Bediennis, oder in der Wut, oder in der Verleidigung, oder woher man war, aber alle waren lost. Und es schien zu, dass wir nicht stoppen, wieder. Und als ich hier ein Bild war, wollte ich in Bethwell-Brücke erklären, dass die Erratung, dort ist endlich an der Bedienung, dass wir plötzlich sagen würden, was Gott getan hat für uns, und sie sind das dann betont, wie wir die Vergebung haben. Und wenn wir diese Vergebung einmal haben, dann darf der größte Druck, weil die Teufel uns immer, ja, die sind die Schuld, die war wie los. Und dann war wir so viele Schafe hier, aber dort, dort, wie blieb wir dort stehen. Und diese Seilsreue, aber das ist besonders auch anzudenken, dort Heilungen passieren. Wenn es jeder einer von uns, wir haben Schwierigkeiten erlebt, in unseren jungen Jahren, und durch unser Leben, wo wir Verwundungen haben, Weidungen haben am Ort. Und diese Weidungen sind vielmals so, ohne, was andere Menschen, was die Teufel durch andere Menschen an uns nahe getan hat, wo wir uns nicht mehr weiten. Wir weiten uns, mit unseren Sünden nach Gott gehen, in eine Vergebung zu verhauen, und da scheint es, wir bleiben vielmals lege, an den Krieg. Wir leben durch den Tag, war er an unsere Fleischlichkeiten, und ab dem Abend, wenn wir schloppen gehen, dann doch wir waren böse, und wir brachen Gott in eine Vergebung. Und wir kommen nicht bei dieser Heilung, dort, wo wir wirklich mal den Staub annehmen. Ich habe das Bild hier gemält, der Ratung ist der erste Staub, so wie wir keine Heilung nicht anders als dort, wie die Ratung haben. Wenn wir die Sündevergebung, unsere Beziehung, das wir dort nahen, nicht wirklich belebt haben, dann kann eine Heilung nicht passieren. Ich meine, wenn wir diese Ratung wirklich haben, dann bleibe ich dort nicht stehen, und dann gehe ich nur in den nächsten Staub dort, als die Heilung. Und in der Heilung sind diese Dinge, was du nicht beleben, da und durch die Zeit, wo wir an Sünde gelebt haben. Erstens, der Sinn, was ich gedauert haben, dort haben wir all verwöhnt, an verschiedenste Dinge, seilisch, ich fehlte Angst und verloren, und jeslich, ich sie verloren, an der Sünde versunken, an haben wir nicht freden, und auch natürlich, habe ich gewusst, was durch meinen Charakter abgebüht, das habe Beschädigungen gelebt, durch dort. Und da es eine Angewahnheit passiert durch diese Sünde, wurde mir weitergegeben, oder wurde mir Heilung verfehlt. Und diese Ratung, ist, dass ich wirklich erzahnbar sind, und dann das nächste Brücke, dass ich kaum von denen loslaten kann. Eine Heilung ist ein großes Poet, von uns loslaten, von uns all das Leben. Eine Heilung ist ein großes Poet, von dem Ding, was uns schwer macht, das, was andere einem gedauert haben, dort wieder auch loslaten kann. Diese wird Heilung, ist ein sehr fein Beispiel, wann wir an den nächsten Denken gedauern, wann ein Mensch, und ein fortlich falsch geklamt ist, am Wort ist der Tollste besorgt. Der ist besorgt, dass er da loskommt. Der feilt nicht mal, dass sein Bein in Arms gebrochen sind, er will da bloß rütt, er will los, er will frei. Das wird er will. Und wann er erst wirklich da frei ist, dann wird er einmal das um den Arm in den Bein wei, und dann fehlt noch ein Doktor zuvor, er da trecht zu stellen und ihn zu bewegen. Und das ist ähnlich, was wir haben, wie sind der Schindelwe, sind wir verbrochen, und von Weidorg wird eine Heilung fehler, wenn Gartenzückel hat, er hat das Schindelwe rüttgenommen, er hat den Akzident, er hat ihn rüttgeholt, aber da haben wir weidorg von dem Akzident, und das wird uns die Heilung zu fehlen lädt. Das nächste ist der Rot, er ist auch ein Rotgeber, das wird Jesus auch ist. Da muss wir in den nächsten Staub gehen, wann wir die Heilung wollen haben, dann schriebe ich von uns in oder Jesus Christus können wir sein, durch die wir rot, was wir daunen machen, und das wird auch. So wie Brücken mit das wird auch, was wir daunen ist, an Menschen, die denken so, Tiet heilt. Ja, das wird natürlich, aber wenn es noch schon daunen wird, dann fühlt das. Und das wird viel überleben, in unserem Jeschsten das Leben, wenn es eine Heilung nicht wird, und das Rot nicht gebrockt wird, dann steht, dass das heilet wird, dann fängt es dann zu fühlen, dann haben wir einen Ausflug an uns, wo immer stinkt, dann ist das, wenn wir irgendwo mit Menschen reden, von der Vergangenheit, dort erhafen die Stank an sich, die Menschen gleiche, nicht wenn es wie Rede von immer waren, von uns oder Weidau, wo Heilung immer viel hat. Ein anderes Ding ist Licht. Wir brauchen noch einen Staub wieder, wir brauchen diesen Rot, wo wir diese Heilung kriegen, dann brauchen wir auch Licht, dass wir sein in Chirnen, wort Leben ist. Wenn wir auch unsere Sündeverjebung haben, wir brauchen danach Licht, dass wir in Chirnen daunen, wo wir gehen, wot wirklich Leben ist, wot wirklich Dinge sind, wo wir wiederkommen. So ist es hier in Hebräer seien das, dort wir nicht bloß immer ohne liegen, wir alle mal anfangen, verweich zu gehen, zu kommen, Gott haben einen Plan für uns, dass wir die Beraubung haben, in dieser Klasse, dort wir wirklich unsere Beraubung finden, wo Gott von uns haben, dort ist das ein wie Leben, dort ist das Himmel wie ich bin. Und wenn wir das sein können, wir sind wie ein Charper und wie eine Seil und wie ein Jest hat, dort wie sein, durch das Licht, was Gott gegeben hat. Er sagt, wenn wir im Licht wandeln, Gemeinschaft mit Gott, dort wir die Wara fällig kriegen und wenn wir diese Gemeinschaft kriegen dann ist das Tag und dann erkan wir ans Haar. Wir nehmen Jesus aus meinen Haar an. Was meint mein Haar? Er ist mein Wirt, er ist mein Arbeitgeber. Und weißt was, das Haar kriegt wie durch dem Heiligen Jest. Das Heilige Jest, was durch diese Wara Geburt ans nennen kommen, mit das Erkenntnis von dieser Heilung Rood Licht bottom Haar, die leid an sein aller Wahrheit. In dem kann wir noch vallen, wir können nach dem, wir können chicken nach dem, und wir können feilen nach dem. Hier sind diese viele in All Wara. Wenn wir wirklich an geluwen diese Erratung Heilung rot Licht haben, dann feilen wie die Leidung von dem Heiligen Jest. Paulus schreven, dass die Jezus hat ihm eine Vision gegeben, er soll dort und dort fahren, so das das Jezus von der anderen schaffen. Das braucht wir zu erkennen, dass wir Seilen können und helfen damit, dass er wieder kommen tun. We haben wir uns himmlischen vorder als leider. Wir haben das Heiligen Jezus, das was an alle Wahrheit leiden hat. Das ist nur die Volk kommen hat Ha Jo ich will noch mal so ein feiner Christ sein als Jan oder Predja wir. Das hat nichts mit diesem Menschen die Mut zu tun. Das hat mit die Mut die Jesus Christus uns gebet hat durch die Erratung, Heilung, Rot, Licht und aus dem Haar aus dem Leider zu haben. Dass wir die vollkommen haben gehen . Du hast wenn die Trübeln hängen geblieben. Wenn wir in die Leidung gehen dann hat der Teufel nicht mehr Tid um zu schaffen. Wenn wir machen wenn dich ist wir können den Jesus dem beiden verlassen wir können verweich gehen. Hier sind all diese einzelne Charme die kommen da. Wir gehen in das Bild das ich habe in 1. 4. 4. 7. 5. 1. 5. 7. Es ist eine sehr feine Farge die Jogbrücke hier habe ich ein Bild zum erklären was ich erinnere an diese Seilsorge wird. Wir haben das ich erst sagen von dieser Ratung und Heulung und Licht und Rot und das Ding so wie das Bild nehmen wird endlich der Ratung ist in 1. Korinther Kapitel 1. 8. Als ökner hin fern erfahrt er sagt wie gläubig sind oder wie seilig sind ans es der Gottes kraft über die wir nicht gläubig sind den es nicht tun hat den es nicht dum hat von der Fried zu reden und das ist auch wahr was wir Brücken tun haben wie Seile Wellen Halpen dass sie wirklich erkennen dass sie ihre Last losloten tun um Krieg zu treuen some menschen fingen sich bloß gar nicht trauen sie haben ihre Sünde alle bekannt aber sie sind noch ständig ein sich nichts wird feilen sie sind noch ständig ein bleib sein für menschen sie kennen noch nicht zeugnisse je wenn sie flotter zu sein das sind all diese Dinge die noch man sind sie haben alle Erfahrungen die noch immer better sind sie haben immer Dinge zum Beispiel als sind sie ganz fast genommen sie kennen nicht mögen wenn sie herlosten mit sich in die erste page da sagt das wir lesen da wie alle unsere Sorgen auf dem Haar schmieden und so hast du noch Schuld gefehl an die nur dem dass du alles bekannt hast und so viele Seile die wirklich noch bedrecht sind die sind Depression hatte die sind eine Bedrechnis beenden und sie feilen immer nach Schuld gefehl und sie haben alles bekannt so Menschen bekanen noch mal und noch einmal sie wollen mal das Schuld gefehl los sein und hier bräuch wir waren zu erkennen dass diese Schuld gefehl haben sind nach eine teuflische Schule macht was uns los geloht ist wir haben alle bekannt aber haben das nicht passiert bekanen die sind bekanen das habe ich natürlich verstanden dass ich um Licht kommen und meine sind bekanen aber wo kann ich das Schuld gefehl los worden von all die sind die ich habe zu bräuch die vergewung von Gott an zu nehmen als ein geschenk von Gott also bräuch ich eine vergewung zu mich selbst dass ich das schuld viel mal beim tritts liegen loht dass ich erkanne kann ich als Mensch wo niemals die schuld los war anders als ich im gelaufen um tritts trauen so ich das Bild hier gemult habe deshalb die hat sein sagt du aufgeladen beim tritts und schickt nach Gott für seine Gnode was er hat und nicht bloß dort er verriet sich dass er in diesem gelaufen weil diese schuld viel kann los waren seine bedrächtnis und das er hat schmidt dem sagt der hann so ist ein er ist der peter die sagt werft schmidt deine sorge auf dem haar lot er los so die kost nicht in die hand leihen und an packen mit nehmen und das wird viel von uns Menschen versicken so ist das hier ist der dreht seine los mit der jette beim kreiz vorbi und so war woher viel mal woher um kreiz kon alle avond waren prager alle zinde wat er doan haft ob er nehmt dem saak immer woher poshuller treken op hier ist ein duibelt geheimnis band dat wir wirklich diese ding am geluven passieren loaten dat aannemen en axio nemen dann ab dat wir machen action ab ans geluven dat die loat ek door en go am frede wieder hier sind so die dinge aus schuld gefehl wat sehr viel an betracht kommen dat en auch ein sehr wichtig ding wat wie fingen dan as an de angst dat en mensch sin angst kon los loten wie fingen in 1. johannes kapitel feier vers 18 dat sin feier vers da sagt dat de angst is nich an leib also so de angst ruit en dat is een ding wat we veel fingen doen en man kans menschen dat wie sind je dreven van angst en want we van deze angst is ook so ding wat wie los loten brocken wat we angst los loten weil we mat de war got des war het nemen en dat geschenkt wat hij ons ja of geloof an neem hij zacht want wie an am zijn dan der wie niet angst ha dan scher wie je loten zijn dan der wie niet ei doel is zijn wie der we nicht doel worden de gons mierste menschen wat trouble ha met doel worden dat haf met angst te doen want die ere angst wo de ertjan wat ze om hoort ha dat is na a zache angst wo ze ben leven doel een persoon wat werkelijk een vertrouwen dat je schenk van God aannemt hij neemt die verjevung zoals die is zoals Jezus die doel gerietst gedonen heeft zijn leven geeft voor ons en we leenen ons aan die go wat God geeft dat ik werkelijk vrie zie ik zie werkelijk die zindeloos en ik zie werkelijk en vred en en vred dan maar hij moet en want die angst weg is dat helpt mij toen want mijn jongens of mijn vader of mijn vrouw waar maar dat is want hij maar een fleisch is en doel is ik kan gans geloten zijn ik moet niet doel worden want ik doel word heb mijn angst wat wordt passeren wat doel is mijn angst ik moet niet houden worden want dat daar angst is dat is een wichtige ding ik zeg maar angst is een ding wat we kunnen om kriet stroom we kunnen deze angst wat we had dat we word niet melken dat we doel zijn zaak bij kriet losloten en dat is ook zo een ding wat brugge dat no de beteer angst wat koste angst goene betean wat koste met angst om licht komen dat zijn zo'n ding de broek weer te komen dat we moet om licht komen want die de war het toest en stroom licht en om dat die woordje openbaar worden en die worden gott gedoond zodat het import van de waarheid wordt ober wat koste met angst om licht komen want dat stijn hoes dat brugt het een heuling hebben we moeten verstaan dat ik brugt niet angst ha wanne zowat God zegt dat een God kan ik fred ha en dat ik me niet grullen ver dan moet je dat los worden dat wat Jesus gedaan heeft wie vinge in Römer Kapitel 6 vers 3 do zegt dat weet je niet dat all die wat getoff zijn je zijn tot Jesus Christus getoff en dat is wat we kunnen doen we kunnen ons lot and doken en de genot Gottes der is de geloven en den Dood Jesus Christus Jesus Christus starf tot einmal voor alle Sinde en wieder lewde die Dood had niet meer in Macht de Waan en so is dood niet meer in Macht of Waan so is dat maar ons wie kan deze angst noem kreed dreuen im geloven te Jesus Christus dat hij is voor die angst gestorven en mijn hoort en im geloven dat hij kan geloten zijn dat hij geloten het de hoop ons door van los te komen dat nächste ding en dat selst ja is der is in dood dan geloven dat die leven worden raamer kapitel 6 versach dat zegt dat wanne wie sterven sind tode ze zinde kunnen we zeggen dat matten ze zinde dan geloven dat wie leven zijn so sind wie erfeld met dit leven is dat wat we nen genomen ha some menschen has het hollere beteerung brugt plus alle zinde betean en zijn beteet ja dat is een om licht komen dan en die sind dan gaten dan 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 brugt to geloven on des en dot jesus christus dat he gestorven is van ons en dat wie dat leven worden is he levende we waren abstoende in groft is he abstoende in groft en dat is een waag wo wie tjana tot is a frie het komen wo wie we wirklich frie war jesus zegt wanne ik frie merk dan wo je recht frie en dan wo wie er feld nicht bloos frie wie war met ne frie het erfeld dat wie dat leven dan we ha een action en ans glauben dat leven ruit komen dat en onze schuldig het die verlist we hebben een lewe wat er drift waar we met op gefeld zijn dan staat dat bloes amma mat en mat en mat bis dan zo waar we is van horen dat wie werkelijk moll nou deze valk komen het komen dan en wan die en deze frie het nenne je komen baas door as wo dat licht schien dat door maar wat die dat klore dat zit me en op sie op na heng ha dat maar kan ik zijn dat mijn kleider zijn geweest dat ik heb plak aan mijn heng dat ik kan zijn dat ik kan slem zijn waar veel te heulen en dit is God's zijn waag dit is wo en wie kan mensche ruit halpen dit zijn zeil zorgen op wat wie andere menschen kunnen om licht leiden en dan kan hij zich zelf beteken dat is wat du ma zei check hem door dat is nog een wichtige ding wat ik wil biefleichten waar we dat loslaten ik als zel 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 wanne ik mensch wil helpen ik wil ze go mijn heng op ha ik wil niet nemen jane zine zinde en mijn heng nemen en leie mide op schulle dat dat je brugst die niet in heng nemen die kassen bloes wiesen woher ik een hand hou dat wat veel moel de trubel aas ook en dat eh en youtube verloos te kj de ook se dat een 어를 lu dat hem na Dredi weich von deinem Lust und dredi nur Jesus Christus, du erlebe uns mit der Fallen Gäste.